guten morgen am alles saftigen timaten und so hat dieses video soll sich um das thema wie stelle ich beim video die kommentare ein oder aus oder kennermodus ein oder aus dieses video wird auch dann an die meddie weitergeschickt auf instagram und so hat die gebraucht dafür diese app youtube studio dann gehst du darauf du musst dich erstmal dein konto anmelden dann gehst du zum beispiel hier auf video gehst du dann auf ein video dann dritte hier auf den stift auf erweiterte einstellungen und dann steht es hier zum beispiel ja ist es für kinder nein ist es nicht für kinder da kann sie jetzt machen zum beispiel kommentare zu lassen und dann können das sehen und dann kriegst du zum beispiel auch speichern aber wenn es wieder ein bisschen so wie ich es habe dann kannst du auch einfach hier einstellen na gut das war's von dem video haut rein guter in euer og fändersen tschau tschau